Danke an alle Künstler des WWK Braunschweig. Es gab dieses Mal wieder viele großartige Bewerbungen um die Mitwirkung an der Jahresausstellung. Aus Platzgründen fanden leider nicht alle ihren Weg in die Ausstellung. Wir haben heute 46 Künstlerinnen und Künstler, die insgesamt 70 Werke hier ausstellen. Das ist ein breites Spektrum an künstlerischen Positionen und wir freuen uns sehr, diesen Bildschweinzeiten zu werden. Die WWK Braunschweig wird in dieser Ausstellungshalle Ende Oktober noch einmal als Kurator präsent sein. Gemeinsam mit dem Kulturinstitut und der WWK Braunschweig organisieren wir die Ausstellung weniger als mehr. Ab dem 25. Oktober werden die Werke ausgewählte WWK-Studierende gezeigt. Wir freuen uns sehr über diese Vernetzung, die konstruktive Zusammenarbeit und über die Gelegenheit, dadurch künstlerischen Nachwuchs ein professionelles Forum zu erzielen. Wir eröffnen heute die Ausstellung mit einem Performance-Programm. Wir konnten Sie schon vor der Halle und im Eingangsbereich erleben, die folgenden Performance-Programm werden sich dann im Laufe des Abends in Richtung Innenraum entwickelt. Wir haben ein Rahmen-Programm mit Workshops und Führungen durch die Ausstellung geplant. Dort kann man die verschiedenen Produktionen der Kunst reflektieren. Kunst! Das Wort Kunst! Bezeichnet uns! Griechisch-technisch. Bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit. Doch die nicht nur eindeutig, dass die Täusch auf so weit festgelegt ist! Der Vormanns-Wolz-Vertrag des Kunstbegriffes, der Vormanns-Jubil-Vertrag des Kunstbegriffes, der Vormanns-Wolz-Vertrag des Kunstbegriffes ist biσεiviert, aus Keisse! Siehst du unsuzzerte Produkt! Und das ist alles kreative, große Suche aus Übersetzungen der Generation der Lehre und Slam gewandt. Die grusprünge Neutrugschneid. Gesnt so! Gesnt so! Gesnt so! Gesnt so! Gesnt so, Și set es doch! Alles Baba! Schöne, 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 bildete Kunst. Malerei, Bildhauerei, Melancholisch, Grafisch, Kunststanzwerk, Architektur, Musik, Theater, Tanz, Installation, Helm, Lurik, Dramatik, Architekturistik, Ausdrucksformen und Techniken der wilderen Kunst, hier im Auge, im Auge, im Auge, im Auge, Ausdrucksformen und Techniken der Kunst, hier im Auge, im Auge, im Auge, im Auge, Ausdrucksformen und Techniken der Kunst, hier im Auge, im Auge, im Auge, im Auge, im Auge, im Auge, Ausdrucksformen und Techniken der Kunst, hier im Auge, 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 Ausdrucksformen und Techniken der Kunst, hier im Auge, im Auge, im Auge, im Auge, im Auge, im Auge, Ausdrucksformen und Techniken der Kunst, hier im Auge, im Auge, im Auge, im Auge, Ausdrucksformen und Techniken der Kunst, hier im Auge, 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 Vielen Dank.